hallo meine lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren folge sephoreist so gibt es noch geblendet ich muss noch reparieren ist er wieder scheiß nein also dieses nein war sehr überzeugend so wie herzugs nein nein ich habe keine leiche beim schlafzimmer nein nein die zuckt noch romantisch soll ich noch mit deiner freundin zusammen ich hoffe sie lebt und zockt nicht nur also bisher lebte noch er hat nie damit aufgehört und die hat nicht rein zu viel jede nacht alles ne und sagt doch alle gliedmaßen die beste frage ist brauchst du zufällig hilfe hast du sie vielleicht auch das wettgekettet leute helft ihr mal mit dem abholzen oder was macht er was heißt abholzen sollt man hier holz aufsammeln ja deswegen ja die dümpeln alle nur in der base von mir wir müssen ja wir müssen nur noch ein bisschen machen dann haben wir außen alles schon mal fährt ich habe gerade gewundert wie ich stelle mir dann so das war auch nie macht die video sehen mit der wund aus los geht's junge liegt hier viel holz ja wenn er nicht da kam kommt ja hoffentlich mal vor allen dingen hier habt alles hier im überfluss wir sind überflussgesellschaft gar nicht händler händler du bist überflussiert uhr schutz feiert die danke dass ich überfluss bin immer wieder gerne da weißt du wie ich das meine ne ich hab's nicht ich bin mir da jetzt nicht so sicher ich bin eingeschnappt ich bin der empfindliche Seele soll ich sie mit der Kiste wieder gefüßten ich hab ja wieder C4 ich kann ne Sprengfalle bauen oh Gott ne nicht schon wieder ne nicht wieder ich glaube wir haben alle nehmt ihr die Karren mit Leute was fall doch nicht Martin hat was Schubskreis 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 du hast verloren verloren so ey ne da sammelst du Zeug aufhörer war ich bring dich da was an ich find das immer lustig wie einige der nochmal draufhaut muss man Leute ich seh nichts kann man einmal den Weg weisen ich sag nur die Stewardess Kati wo du die ganze Zeit draufgeknüppelt hast wieso ist das unser Tor schon wieder offen wer ist das netze rausgegangen ich nicht ich nicht ich auch nicht warum machst du das Tor zu stellen ich würde einen warmen Klapper reindringen ich glaub wir sollten eine Bildkamera aufstellen ja echt Alter was mir ne Kamera hier geben würde dann wäre schon einmal auf der Insel amann wo wollen die denn eigentlich die Bomben wir haben schon wieder die Begründungswelt juhu Belagerung Ich glaube, wir kriegen das hier fertig, ne? Ich frage mich, wie effektiv ist eigentlich die Wall-G-Hindy? Mega. Nicht so. Nö. 0,0 gar nichts. Also allgemein, das sind ja jetzt auch gerade Leute aus meiner Community. Geht nicht nur, ob ich zu erinnern, dass das Holz verschwindet. Hey, wieso, wieso kann man das denn nicht hier hin tun? Oh, das ist dein scheiß Ernst. Oh. Okay. Oh. So. Da muss jetzt erstmal ein Vogelhäuschen reichen. So, das Ding ist zu. Aber hier unten sind noch keine Kanickel drin, ne? Nö. Ja, doch. Ich brauche noch. Ein paar. Ja, ein paar. Es fehlen ja doch ein paar. Okay. Okay. Wieso liegt hier ein Toter wieder? Kann man den mal nicht ordentlich hier entsorgen? Indem man ihn anzündet? Was? Nein. Ich hab keine Toten. Ich esse nur, dass wir irgendwo rumliegen. Ja, das ist nicht schlau. So. Na doch, dass was ich nicht essen will, das lass ich dann halt liegen. Unten sind doch schon wieder welche, ne? Da. Hallo. Alter, die stehen hier alle. Vier Stück. Direkt an unserem Zaun. Echt? Ja. Riech das Zaun? Oh, da ist ein Schreihals. Die haben sich alle gegenseitig angetönt. Das ist schlau. Oh, die schützen auf die Mauer. Ist man drauf drauf drauf? Die zünden sich echt alle gegenseitig an. Was willst du, du blöde Kuh? Hä? Was ist dir? Hä, wieso kann ich grad nicht nur die Waffen-Zettel? Hast du keine Ausdauer mehr? Doch, doch. Ich nehm einen. Ich nehm auch einen. Zack. Das ist aber gespuckt. Okay. Sind jetzt alle tot? Nee, wir reparieren nur die Mauer. Unten rennt schon wieder einer weg. Die Arschis. So. Lo, 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 lo. Das ist scheiß Unkraut hier. Wer macht hier noch die Trinke? Unkraut. Was? Ja, Unkraut. Was ist Unkraut? Blaues Unkraut. Nee, das sind die guten Beeren, ja? Unkraut. Hätten wir die schwarzen Beeren angepflanzt, könnte ich das verstehen, ja? Die schwarzen kann man auch ein bisschen essen. Die schwarzen kann man auch essen. Die schwarzen kann man auch essen, weil die roten nicht gehört. Und die weißen nicht. Mal wieder hier die besten Film-Mationen. Geh mal auf, Toilette. Ich gehst noch mal schlafen. Tschüss. Er macht uns selbst. So. Hallo, lasst mich hier rein. Danke. Gehen wir jetzt alle schlafen, oder was? Keine Ahnung, geplayt, tippst du schon wieder im Lager rum. Und macht die ganze Zeit die Tür auf und zu. Junge. Jetzt legt es dich doch noch in mein Bett. Immer. Wieso liegt da ein Toter? Herzog? So, guten Morgen. Wir werden immer Sachen unterstellt. Ja, zu Recht. Als ob es mit jedem Toten was zu tun hätte. Es ist zwar nicht unwahrscheinlich, aber es trifft auch nicht immer zu. Herzog, du brauchst doch hier ganz sicher eine Wall mit Door, oder? Nee. Passt nicht. Habe ich schon geguckt. Geh mal weg da. Nein. Passt nicht. Habe ich schon geguckt. Geh mal weg da. Was macht ihr denn da? Nein. Geh mal weg da. Verpisst dich von meiner Bude. Was macht der Marlin da? Ja. Passt wunderbar, als müsstest du. Wo passt das bitte wunderbar? Hä? Was machst du da? Hör auf! Können wir uns mal um die wichtigen Sachen hier kümmern? Los. Genau. Wieder weg uns fertig. Wir müssen, ja genau. Wir müssen weiter abholzen. Und da unten fehlt noch ein bisschen. Äh, fehlt? Warum? Ja. Warum? Was? Da müssen keine Türen hin. Doch, weil dann können wir Brückengeld nehmen. Nein, sie haben schon keinen Baum nach. Und dann willst du auch Bäume für so einen unnötigen Scheiß rausgeben. Echt? Brückengeld. Jedes Mal Brücke überqueren. Fünf Goldtaler. Meine Güte, ich geb dir all die ich hab. Ich hab 570. Also. Also kannst du über 100 Mal die Brücke. Mein Gott, das ist dämlich hier. Über 100 Mal? Ja, 112 Mal. Und danach klapp ich dich mit dem Stein. Und sag das jetzt auch. Lalalalalalalala. Oh. Troll ist immer hier. Ähm. 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 Was? Ja. Kannst du auch was anderes sagen. Ja, mein Karren kann Kunststückchen. Der geht mit, der säuft mit direkt. So, ich versuch mal die Karren hier wieder hoch zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das geschafft habt. Es geht gar nicht. Ah, rückwärts. Musst du hochgehen. Rückwärts hochgehen, dann geht's. Aha. Oh. Falsch. Oh. Ähm. 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 Nein, der guckt mir nur zu. Jetzt würde ich voll treffen. Wie soll ich trafen? Ähm. Kannst du auch heute was anderes sagen? Er hat Muster leuchten. Aha. Mein Herzschut blinkt in der Hose. Sieht nicht gesund aus. Doch, doch. Ready to explode. Hier. Schon wieder auf den Karten. Na, dann krieg ich ihn wieder gesellschaft. So den ganzen Wald hier abholzen, ne? Das ist... Ich will den müssen schon wieder lachen. Ja, ich hab's lachen gehört. Ich will einfach weiter. Das war ich jetzt. Das war ich. Nee, so schön kannst du mit lachen. Ach, da unten. Ah, da. Hallo. Hallo. Hallo, Kollege Schnürschuh. Oh. Jetzt sind zwei Leute bei mir. Hallo. Vor allem die Weißen, ne? Das sind die Gesichter, ne? Das sind die Menschen. Idiot. Wo ist er? Hinter die... Achso. Hier unter dir. Da. So. Ah, die Töteten merkstest du noch nicht. Ja doch, aber ich dachte, bei Geplayed war auch noch jemand. Ich bring den mal weg. Ja, der ist auch schon gut. Sammel erst mal einen. Hier liegen schon noch ganz viele, die nicht aufgehoben sind. Sammelt ihr mal das Holz ein. Ich hab keinen Kachen. Äh, hier ist... Hier sind doch... Da sind doch zwei bei dir. Verdammt. Das ist aber so weit weg. Gar nicht. Doch. Das sind bestimmt 10 Meter. Mein Vertrag schreibt nur 8 Meter Gehweg vor. Ja, 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 ja. La, 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 la. La. Und rein mit dir. Yay, da kann ich schnell nochmal das Kicken. Ich hab' ich gefunden. Wo ist denn Cati? Wo ist Cati? Wo ist Cati? Wo ist Cati jetzt kurz auf Toilette kacken? Cati springt hier wieder rum. Okay. Dann redet Cati nur nicht. So, da bin ich wieder. Hä, wieso hat Cati... hä? Was ist das? Voll dabei. Was sagt Cati? Bei dir sind... Bei dir sind Federn. Das sieht aus wie eine Wolke. Herzog, bist du noch da? Bei mir sind Federn. Das sieht lustig aus. Guck mal im Stream. Hört ihr Herzog. Moment. Warte, jetzt versiucht schon... Warte, bleibt mal so stehen. Ah, schön. Ich hör egentlich näher. Mimimi. Schön, wie das versucht. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Hey, cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao!